Hi! Nein, ich habe diese Studentenmütze hier nicht auf, weil ich jetzt nochmal ein neues Studium beginnen möchte, sondern ihr habt es im Titel schon gelesen. In diesem Video geht es darum, welche Bildungsmöglichkeiten man im Jahr 2023, welche Bildungsmöglichkeiten man jetzt schon im Bereich der additiven Fertigung, im Bereich 3D-Druck hat. Die Leute, die mir auf LinkedIn, Instagram und so weiter folgen, haben es schon mitbekommen, dass ich in der letzten Zeit dabei war, Interviewpartner oder beziehungsweise eben Leute zu suchen, die mir sagen können, welche Bildungsmöglichkeiten man hat. Es gibt Bildungsmöglichkeiten, viele wissen jetzt aber noch nicht so viel darüber, weil das gerade erst am Entstehen ist und da wir uns selbst eben ja vor allem mit 3D-Druck auf gewerblicher Ebene beschäftigen, geht es natürlich auch immer irgendwo um das Thema Mitarbeiter und da habe ich mir jetzt einfach zur Aufgabe gemacht, euch zu zeigen, welche Möglichkeiten es jetzt schon gibt. Also noch ganz kurz bevor es losgeht, du findest hier unten in der Zeitschiene eine Timeline. Dann siehst du, wann welches Thema beginnt, wenn du jetzt vielleicht nur ein bestimmtes Thema sehen möchtest. Denn ich habe in diesem Video ein Interview mit jemandem gehalten, der eine Berufsausbildung im Bereich 3D-Druck gemacht hat. Dann folgt ein Interview, wo es darum geht, welche Weiterbildungsmöglichkeiten du im Sinne eines Technikers im Bereich 3D-Druck hast. Und am Ende siehst du ein Interview, wo ich mit einer Hochschule zusammengesessen war, wo es eben darum geht, welche Studienmöglichkeiten du im Bereich der additiven Fertigung hast. Und ganz zum Schluss habe ich noch einen Interviewpartner gehabt, welcher das Video super ergänzt, welcher selber als Ingenieur im Bereich 3D-Druck arbeitet, aber auch noch Infos zu Studienmöglichkeiten im Bereich 3D-Druck hat. Und was jetzt noch ganz wichtig ist, liebe Grüße gehen raus an Professor Dr. Babel von der Hochschule in Landshut, weil da hatte ich noch ein Interview, welches wir aber leider nicht jetzt für dieses Video nehmen konnten. Man hat fast nichts verstanden in diesem Gespräch, weil eben ja das für uns, also für mich auch das erste Mal, ein Zoom-Interview war, welches ich aufgenommen habe. Und da haben wir leider den Ton ein bisschen vergeigt, wodurch ich ja dieses Interview jetzt leider hier nicht zeigen kann. Ich werde alles trotzdem unter dem Video in der Infobox verlinken. Das heißt, ihr findet unter dem Video sogar noch mehr Infos, wie als welche ich jetzt hier in diesem Video zeige, wodurch ihr unter dem Video in der Videobeschreibung einfach nochmal alle möglichen Infos findet. So, und für alle diejenigen, die einfach einen gesamten Eindruck von der momentanen Lage mal haben wollen, für alle die empfehle ich, dieses Video ganz anzuschauen. Da wisst ihr dann auf jeden Fall mal Bescheid, was da momentan gerade so geht. Und zudem erhöht es die Watchtime von dem Video. Das heißt, der YouTube-Algorithmus sorgt dafür, dass dieses Video noch mehr Leuten angezeigt wird, wodurch ihr indirekt auch ja quasi kostenlose Bildungsarbeit leistet. Also, vielen Dank fürs Reinschauen. Abonniert diesen Kanal gern kostenlos, wenn ihr weiter spannende Videos im Bereich 3D-Druck sehen wollt. Macht's euch gemütlich. Viel Spaß beim Video. Wir fangen an mit dem lieben Raphael, welcher eine Berufsausbildung zum Industriemechaniker-Fachrichtung 3D-Druck-Fachrichtung Additive Fertigung gemacht hat. Hi Raphael, grüß dich. Schön, dass du dir hier extra für uns an dem Samstagnachmittag die Zeit nimmst, um dieses Video quasi zu ergänzen. Und jetzt ist es natürlich sehr, sehr spannend, mal zu sehen, ja, was jemand sagt, der so eine Ausbildung selbst mal durchlaufen hat, der wirklich durch eine offizielle Ausbildung 3D-Druck-Experte geworden ist. Ich würde sagen, ich schiebe dir einfach mal den Ball zu. Du kannst dich einfach gerne mal vorstellen und mal wild drauflos erzählen, wie du diese Ausbildung empfunden hast und was da so geht. Hallo, ich bin Raphael. Ich bin gelernter Industriemechaniker. Und im Rahmen meiner Ausbildung habe ich die Zusatzqualifikation Additive Fertigung gemacht. Die Zusatzqualifikation Additive Fertigung beinhaltet die Konstruktion und die Herstellung eines Projektes, was man dann in einer Prüfung vorstellt. Und am Ende befand man dann eben die Qualifikation auch zertifiziert. Cool. Das heißt, es ist quasi während der Ausbildung zum Industriemechaniker kannst du dich in Richtung 3D-Druck spezialisieren. Genau. Das ist eine der Zusatzqualifikationen, die man machen kann. Die findet dann im dritten Lehrjahr statt und wird dann kurz vor der Abschlussprüfung abgenommen. Man hat es im letzten Jahr in einem Zeitraum zwischen 80 und 120 Stunden im Zeitraum eines Jahres. Und danach legt man eben seine Prüfung ab. Und willst du vielleicht mal ein bisschen näher drüber sprechen? Die Katze ist jetzt auch dabei. Dann willst du vielleicht mal ein bisschen näher drüber sprechen, wie genau der Inhalt dieser Ausbildung aussieht. Also über was redet ihr da konkret und habt ihr auch Praxisbezüge? Also ist das Ganze auch praxisnah? Genau. Also das fängt ganz einfach an mit einer Art CAD-Kurs, einer CAD-Schulung, in der man dann eben die Grundlagen der Konstruktion lernt. Dann geht es eben hin zu Fachwissen über 3D-Druck. Wie funktioniert ein 3D-Drucker? Wie sieht so ein Gerät aus? Wie bediene ich das? Bis hin dann zur Materialauswahl. Welches Material eignet sich für welche Anwendung? Und das Ganze wird dann eben an einem Projekt gezeigt. Und das Projekt war in meinem Fall ein Flipperfinger mit einem Kern aus Nylon-Carbon-Faser und einem TPU-Umrandung, also Schlagschutz außenrum. Genau. Und das Ganze stellt man dann eben vor einer Prüfungskommission vor. Und genau. Dann hat man die Zusatzqualifikation. Private Frage. Jetzt bist du ja gerade nicht auf Arbeit. Ich sehe im Hintergrund auch einen 3D-Drucker. Ja, was denkst du, was ist so der Hauptgrund? Ist es einfach das Geld oder dann doch die Leidenschaft zum 3D-Druck, welche dich bewegt hat, wo du gesagt hast, okay, ich möchte mich jetzt in diese Richtung weiterbilden? Genau. Bei mir war es definitiv Leidenschaft. Hat alles angefangen mit einem Kollegen im ersten Lehrjahr, mit einem 3D-Drucker, wo man da zum ersten Mal die Berührungspunkte hatte, danach auf YouTube weiter informiert. Und dann habe ich eben die Möglichkeit gehabt, die Zusatzqualifikation zu machen. Und dann habe ich das eben auf der professionellen Schiene weitergemacht. Ja, wenn wir jetzt schon über Geld sprechen, ist natürlich auch spannend für jeden. Was verdient man so als Industriemechaniker-Fachrichtung 3D-Druck? Das Anfangsgehalt ist definitiv zu vergleichen mit einem Industriemechaniker. Durch eine Zusatzqualifikation eben leicht darüber in der Regel. Wo die Spezialisierung danach hingeht, das entscheidet man dann selber, indem man sich dann eben noch weiterbildet. Ja, und nochmal ganz konkret. Wen würdest du empfehlen, so etwas zu machen? Welche Voraussetzungen sollte man mitbringen? Und welche Art von Persönlichkeit sollte man sein, um den Industriemechaniker-Fachrichtung 3D-Druck zu machen? Welche Skills braucht man? Da es nur eine Zusatzqualifikation ist, sollte man auf jeden Fall für den Industriemechaniker an sich bereits Interesse aufweisen. Das heißt Metallbearbeitung und dann eben auch in der Regel die Kunststoffbearbeitung bei der Zusatzqualifikation, additive Fertigung. Ich kann es jedem empfehlen für sein späteres Berufsleben, dass es eine neue Branche ist, die jetzt groß am Wachsen ist, mit vielen neuen Stellen, die noch kommen werden und ganz vielen neuen Anwendungen, wo man auch klassischen Industriemechaniker-Tätigkeiten wie Montage und Fertigung ausgliedern kann und Neues ausprobieren kann in der Branche. Wo siehst du dich in fünf bis zehn Jahren in deiner Tätigkeit? Du arbeitest ja jetzt tatsächlich auch schon im Bereich 3D-Druck mit deiner Ausbildung. Wo kann es hingehen? Also was macht man da? Welche Aufstiegsmöglichkeiten hat man? Wo siehst du dich in fünf bis zehn Jahren in der Firma, in der du jetzt arbeitest? Genau, ich arbeite ja aktuell in der Kleinteileproduktion bis Prototypenbau. Die Branche ist prädestiniert für den 3D-Druck, weil wir eben kleine Stückzahlen haben, viele Teile durch 3D-Druck ersetzen können, die eben nicht hohe Anforderungen haben, aber lange Bearbeitungszeiten haben und uns eben auch ganz neue Möglichkeiten gibt, was für Geometrien wir überhaupt fertigen können. Und das teilweise halt auch über Nacht oder am Wochenende, was uns ganz neue Möglichkeiten von der Lieferzeit ermöglicht. Das heißt, es könnte in alle Richtungen gehen? Genau, also das könnte man halt entsprechend weiter ausbauen mit höherwertigen Maschinen. Wenn wir dann zum Beispiel höherwertigere Kunststoffe verarbeiten können, können wir natürlich auch mehr Teile ersetzen, temperaturbeständigere Teile herstellen, etc. Was würdest du sagen, in welchen Firmen kann man dann arbeiten? Sind es Firmen, die zwingend 3D-Drucker haben müssen oder generell wahrscheinlich dann Firmen, die sich mit 3D-Druck beschäftigen, oder? Ja, also prinzipiell jede Firma, die 3D-Drucker vertreibt, braucht auch Monteure, braucht Technik-Support. Das heißt, da werden Stellen definitiv geschaffen. Es gibt aber auch schlicht und einfach die Möglichkeit, als regulärer Industriemechaniker in seinem Betrieb neue Dinge auszuprobieren, indem man dann eben mit 3D-Druckern neue Anwendungen schafft. Sei es jetzt neue Backen für einen Schraubstock, die auf ein Teil angepasst sind, die man über Nacht schnell ausdruckt. Und so Sachen, die Möglichkeiten sind quasi unbegrenzt. Ja, super spannend. Also ich denke auch, jede Firma, die sich dann irgendwie mit 3D-Druck beschäftigt, braucht dann immer qualifizierte Leute und dann könnte man da in die Richtung gehen, welche du gegangen bist. Wie sieht das Ganze dann aus? Du hast auch ein richtiges Zertifikat? Kann man da mal was zeigen oder so? Man hat dann wirklich auch was. Du hast mir vorhin schon was in die Kamera gehalten. Genau, also das ist ein IHK-Zertifikat und das ist das Ganze eben ein offizielles Dokument, wo man dann eben seine Punktzahl bekommt und das dann eben ausweist, was man dann eben ist. Schön, dass es echt schon soweit ist. Seit wann gibt es das? Seit wann gibt es diese Ausbildungsmöglichkeit, die du jetzt gemacht hast? Soweit ich weiß, gibt es die erst seit wenigen Jahren. Ich weiß auch, dass die teilweise angeboten wurde, aber nie stattgefunden hat, aufgrund zu weniger Nachfrage, weil das eben noch gar nicht zu allen Leuten rausgekommen ist, dass es diese Möglichkeit jetzt gibt. Und ja, also ich wusste selber bis kurz vor Anmeldung selber nicht, dass es die wirklich gibt. Das wurde mir auch zugetragen und sonst hätte ich das auch gar nicht mitbekommen, dass es das gibt. Also viele, die sich mit Radiedruck beschäftigen, machen es wie du auch und wie ich auch anfangs aus reiner Leidenschaft. Und die wenigsten wissen, welche Möglichkeiten man hat und dementsprechend wertvoll und wichtig ist es auch, dass wir hier quatschen. Also auch nochmal vielen Dank für deine Zeit. Ja, ich denke, die Zuschauer von diesem Video, die danken dir auch. Sehr gerne. Genau. Okay. Und wie hast du abgeschnitten, wenn ich fragen darf? Ich habe mit maximalen Punkten bestanden, also 100 von 100 Punkten. Kannst dich dann mal bei uns bewerten. Eine Sache noch, wenn die Zuschauer jetzt konkrete Fragen an dich haben, darf ich deinen LinkedIn-Account, über welchen wir auch kommuniziert haben, verlinken? Ja, das kannst du verlinken. Alles klar. Dann nochmal vielen Dank für deine Offenheit und auch für deine Zeit. Sehr gerne. Wir hören uns. Tschüss. Okay, Nafel. Bis dann. Hau rein dann. Ciao, ciao. Jetzt darf ich Irena begrüßen aus dem SKZ, welche stark mit der IHK aus Würzburg zusammenarbeiten. Irena wird euch erzählen, welche Weiterbildungsmöglichkeiten man im Bereich 3D-Druck hat, wenn man schon eine technische Berufsausbildung hat. Irena, hi. Erstmal auch an dich nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, um dieses Video hier mit Inhalt zu füllen, damit wir den Leuten einfach mal zeigen, welche Bildungsmöglichkeiten gibt es denn im Bereich 3D-Druck schon. Ja, du darfst dich natürlich gerne jetzt auch erstmal vorstellen. Hi, vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich auch hier die Chance bekomme, einfach ein bisschen was zu mir zu sagen und vielleicht auch zu dieser Weiterbildung, die wir eben hier am SKZ haben. Ja, mein Name ist Irena Holzeroth. Ich bin seit 20 Jahren mittlerweile im SKZ, habe ganz klassisch auch eine Ausbildung gemacht, zur Physiklaborantin, habe mich dann weitergebildet zur Industriemeisterin für Kunststoff- und Kautschuktechnik, habe danach auch nochmal studieren angefangen, Wirtschaftsingenieurwesen und bin eben jetzt im SKZ zuständig, unter anderem für die Bildung im Bereich der additiven Fertigung. Super, das heißt, wo seid ihr? In Würzburg. Genau, wir sitzen in Würzburg. Ja, typische Studentenstadt, gibt es immer was zu erleben. Ja, da findet man uns. Das ist optimal. Dann lass uns doch direkt loslegen. Für wen ist die Weiterbildung in diesem Fall geeignet? Und was hat man danach in der Tasche? Genau, also die Weiterbildung an sich, also wir reden ja hier über den Industrietechniker, Fachrichtung additive Fertigung, ist also für alle die geeignet, die wirklich mal einen Ausbildungsberuf erlernt haben, ob sich jetzt Fachrichtung Metall ist, Mechatronik, Elektrotechnik oder auch Kunststofftechnik. Für die ist es auf jeden Fall geeignet. Und im Anschluss hat man eben einen Technikerabschluss, einen Industrietechniker. Man kann sich das so vorstellen, also ich habe damals den Zerspannungsmechaniker gelernt, Fachfrästechnik, habe mich dann zum Maschinenbautechniker weitergebildet. Das ist mittlerweile schon ein Klassiker, kennen viele. Und im Endeffekt ist es dieselbe Schiene. Genau, richtig. Also ich habe das ja auch ähnlich gemacht. Ich habe auch einen Ausbildungsberuf abgeschlossen und habe dann die Industriemeister Richtung Kunststoff-Kautschuk-Technik-Weiterbildung besucht. Und hier ist es jetzt ähnlich. Also man hat einen Ausbildungsberuf und bildet sich eben dann als Industrietechniker weiter. Wie viel kostet diese Weiterbildung? Ja, natürlich, Bildung weiß ja jeder. Muss man ein bisschen investieren. Die Gesamtkosten liegen so bei ungefähr 5.000 Euro. Wobei man aber hier fairerweise sagen muss, es gibt für die Meisterausbildung relativ viele Fördermöglichkeiten. Angefangen von dem Aufstiegs-BAföG, wo man also 50 Prozent der Gesamtkosten gefördert bekommt. Dann kann man KfW-Darlehen noch beantragen, wo man halt auch wieder 50 Prozent bekommt. Und wenn man das Glück hat und in Bayern arbeitet, wohnt, kann man auch noch nach erfolgreichem Abschluss den bayerischen Meisterbonus in Höhe von nochmal 3.000 Euro in Anspruch nehmen. Also wenn man jetzt mal, ich sag mal, den Bierdeckel aufstellt und die Kosten sich gegenüberstellt, wenn man es geschickt macht, geht man wahrscheinlich sogar mit einem Plus raus. Ganz vorsichtig gesagt. Genau. Cool. Ja, super. Das ist doch schon mal sehr, sehr gut. Welche 3D-Druckverfahren werden denn geschult? Es gibt viele 3D-Druckverfahren mittlerweile. Ja, also bei den 3D-Druckverfahren ist es ja so, muss ich dir jetzt wahrscheinlich auch nicht erzählen, die sind ja die letzten Jahre wie die Pilze aus dem Boden gesprießt. Pauschal würde ich jetzt mal sagen, alle. Wobei alle natürlich ein bisschen schwierig ist. Also werkstoffseitig ist es natürlich so, dass wir die ganze Bandbreite thematisieren. Also nicht nur Kunststoffe, sondern eben auch Metalle, Gips, Glas, Keramiken, Verbundwerkstoffe. Und so schauen wir uns natürlich auch die passenden Verfahren dazu an, sodass man quasi auf der einen Seite versteht, was machen die Materialien und wie funktioniert das Verfahren dann dazu. Okay, du hast es jetzt schon angesprochen, wie das Grundlegend ein bisschen aufgebaut ist. Aber lass uns da doch nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Wie ist das Ganze konkret aufgebaut und welche Praxisnähe hat man da denn auch? Also die Ausbildung findet in Kooperation mit der IHK stand und dabei übernimmt eben die IHK diese kaufmännischen Themen oder auch diese rechtlichen Themen. Das SKZ selber übernimmt eher so die technischen Themen, vermittelt mathematische, physikalische, chemische Grundlagen, also auch dann wieder Bezug auf die Werkstoffe oder dann auch technische Mechanik, Festigkeitslehre, Bewegungslehre, also alles, was so in die Technik geht. Und natürlich dann die Druckverfahren der additiven Fertigung. Wenn man da so ein bisschen so einen Überblick hat, geht es natürlich auch irgendwann mal so ein bisschen ins Eingemachte, so Richtung Konstruktion. Hier soll der Teilnehmer eben schon auch lernen, was ist Fertigungsgerechtes konstruieren, welche Regeln gibt es, was sind binomische Strukturen Richtung Leichtbau. Also das sind schon große Themenschwerpunkte in dem Kurs. Genau, die Praxisnähe hast du noch angesprochen. Also hier ist es so, dass wir also auch ein Praktikum anbieten, ein einwöchiges, wo die Teilnehmer wirklich auch hands-on an den Anlagen dann auch sind und dann wirklich auch das, was wir in der Theorie hoffentlich gelernt haben, dann auch eben an den Anlagen umsetzen können. Sind die Anlagen bei euch oder habt ihr da Partner, mit denen ihr das macht? Also im Kunststoffbereich haben wir die Anlagen selber hier bei uns. Also Materialextrusion haben wir die Verfahren da, also das klassische FDM oder CFF. AKF haben wir da. Dann Lasers sind dann haben wir da im Pulverbettbereich. Wir haben harzbasierte Verfahren da. Bei Keramiken, Glas, Gips, da greifen wir natürlich auf das Know-how auch von Industriefirmen zurück, von Partnern zurück, die eben dann auch dieses Wissen dann eben vermitteln können. Gut, wie lange dauert diese Weiterbildung? Ja, also es gibt zwei Möglichkeiten. Auf der einen Seite kann man das natürlich in einem Teilzeitkurs besuchen. Dann dauert es zwei Jahre, umfasst ungefähr tausend Unterrichtsstunden. Das hört sich erstmal viel an. Ist in der Regel dann immer samstags. Und dazu gibt es aber einen Drei-Wochen-Blog, der in Vollzeit stattfindet. Und da ist eben unter anderem auch die Praxiswoche dann hier am SKZ einfach dabei. Andere Möglichkeit ist natürlich Vollzeit. Es geht natürlich deutlich kürzer. Dann ist man in fünf Monaten fertig und ist so, wie man es aus der Schule kennt, immer von Montag bis Freitag eben dann am SKZ oder dann eben an der IHK, wo dann eben so Blockunterricht stattfindet. Das ist dann aber jetzt nur bei euch in Würzburg quasi? Ja, genau. Richtig. Okay, super. Ja, was bringt das Ganze finanziell? Was kann man denn danach verdienen? So eine grobe Range? Ach ja, das ist eine Tatsache, eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde ja immer sagen, es ist Verhandlungssache. Leider habe ich da überhaupt keinen Einblick, in welche Richtung wir uns da bewegen. Aber ich denke auf jeden Fall Meister-Techniker-Ebene, da werden wir uns auf jeden Fall bewegen. Ich tue mir jetzt schwer, da eine Zahl zu nennen, aber so in dem Range werden wir uns bewegen. Welche konkreten Arbeiten kann man denn danach machen? Was ist denn so gängig? Die Leute, die bei euch das gemacht haben, wo landen die dann? Ja, also so klassischerweise kennt man es ja auch aus dem Spritzgießbereich, so im Kunststoffbereich. Da gibt es ja auch verschiedene Abteilungen. Und ähnlich ist es hier auch. Also wir haben natürlich auf der einen Seite die Möglichkeit, in der Konstruktion ansässig zu werden oder dann eben auch in der Entwicklung. Man kann natürlich auch beratend tätig sein, auch als Worker an der Maschine, Einsteller, Entwicklung oder dann natürlich auch in der Qualitätssicherung. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Ja, also auch vollumfänglich. Alles, was zum Bereich Radiedruck gehört, schult ihr und dann kann man da auch irgendwo Fuß finden. Ja, auf jeden Fall. Und natürlich auch so ein bisschen die eigenen Interessen liegen. Dem einen liegt es eher ein bisschen, Teile zu konstruieren. Der andere sagt, okay, ich bin lieber an den Anlagen, mach Wartung, bereite die Maschinen vor. Das ist ja je nach Interessensgebiet dann halt einfach. Und wie seid ihr in die 3D-Druck-Schiene gerutscht? Wie seid ihr zum Thema additive Fertigung gekommen? Ja, also das SKZ selber hat vor circa 15 Jahren mit dem ganzen Thema angefangen. Es kamen unterschiedlichste Fragestellungen eben im Bereich der additiven Fertigung auf uns zu. Und alles fing an mit einem kleinen, gekauften Drucker. Aber es war halt dann relativ schnell klar, dass wenn wir in der Forschung unterwegs sein wollen und auch ein bisschen konkurrenzfähig sein wollen, sage ich mal, dass wir selber ein bisschen aktiv werden müssen. Und zu der Zeit war es ja einfach so, dass ganz, ganz viele Patente auch auf den Anlagen waren, auf verschiedene Technologien waren. Ein Beispiel, die Bauraumbeheizung, da gab es eben keine Anlagen auf dem Markt. Aber wir wollten eben als SKZ auch technische Werkstoffe verarbeiten. Und da war das natürlich schon in Anspruch. Und ja, so hat dann ein Kollege von uns angefangen, selbst Drucker zu bauen, Anlagen zu bauen, die eben dann auch verschiedene Technologien beinhalten, wie eben Bauraumbeheizung oder dann auch die 2K-Technologie. Und so waren dann unsere Anfänge, ja, und mittlerweile sind wir fast 15 Jahre dann auch dabei. So ein Know-how ist auf jeden Fall da. Ja, auf jeden Fall. Also wir geben das Know-how ja auch regelmäßig hier bei unseren internen Schulungen weiter. Auch gezielt für Firmen, wenn die Fragestellungen haben, sind wir ja auch offen und teilen dann auch unser Wissen. Die Leute haben wahrscheinlich jetzt viele Fragen, individuelle Fragen. Wo kann ich mich melden? Ja. Wenn ich das möchte. Genau. Also, wer Interesse hat, eine Möglichkeit ist natürlich bei der IHK in Würzburg. Andere Möglichkeit ist natürlich hier bei uns am SKZ, auf der Website oder dann eben auch direkt bei mir. Das ist überhaupt kein Problem. Also bin ich gerne bereit, Fragen zu beantworten. Ja, dann linke ich deine E-Mail-Adresse und die Website von SKZ unter dem Video. Genau, sehr gerne. Und dann wieder einfach melden. Super. Irena, vielen Dank für deine Offenheit und auch vielen Dank für deine Zeit. Vielen herzlichen Dank, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast und uns und das SKZ einfach auch zu zeigen, welche Möglichkeiten wir haben. Und ja, vielen Dank. Jetzt haben wir Herrn Drexler und Herrn Pfeiffer von der Hochschule in Midweite im Interview. Die beiden erzählen euch jetzt, welche Studienmöglichkeiten man bei denen im Bereich der additiven Fertigung hat. Also ja, hallo, Herr Drexler, Herr Pfeiffer. Erstmal vielen Dank, dass auch Sie sich die Zeit genommen haben, um dieses Interview mit Inhalt zu füllen. Ich würde jetzt Folgendes vorschlagen. Sie können sich gerne nochmal näher vorstellen und dann würde ich auch hier ganz konkret mit meinen Fragen anfangen, damit unsere Zuschauer wissen, was man bei euch in der Hochschule machen kann und wo die Reise im Bereich Ausbildungsmöglichkeiten, im Bereich der D-Druck hingehen kann. Hallo, ich bin Michael Pfeiffer. Ich bin an der Hochschule Midweida fachbezogener Studienberater für den Studiengang Physikalische Technik, wo die 3D-Druck eine Vertiefungsrichtung ist. Und nebenbei bin ich am Leser-Institut Hochschule Midweida auch für den Technologietransfer zuständig. Mein Name ist Julian Drexler. Ich bin bei uns am Leser-Institut und an der Hochschule Midweida wissenschaftlicher Mitarbeiter und als Dozent für die Vorlesungsreihe 3D-Druck, generative Verfahren und für das 3D-Proplex-Praktikum. Für wen ist der Studiengang geeignet bzw. welche Studiengänge gibt es? Also bei uns ist das der Studiengang Physikalische Technik, der sich dann ab dem vierten Semester nochmal unterteilt in drei Vertiefungsrichtungen. Zum einen die Vertiefungsrichtung Lasertechnik, Vertiefungsrichtung 3D-Drucken und die Vertiefungsrichtung Biokotonik. Und das Studium ist im Prinzip für alle geeignet, die irgendwo Spaß an Technik haben, an Naturwissenschaften haben und in dem Bereich gerne was machen möchten. Natürlich sollte man nicht unbedingt mit Physik auf Kriegsruß stehen, weil es ein Grundstudium der physikalischen Technik ist, aber man muss jetzt auch nicht unbedingt Physikleistungsruß studiert haben. Also wir sind ja eine Fachhochschule, eine Hochschule für angewandte Wissenschaften und damit muss es nicht unbedingt ein Abitur sein. Bei uns kann man mit einem Fachabitur studieren, mit einem Hochschulabschluss, auch mit einem abgeschlossenen Meister. Also insofern kann man das ganz locker angehen und kriegt das hin. Genau, wichtig ist eigentlich auch ein bisschen so die Affinität zur Technik, einfach auch das Interesse mitzubringen, dass man eben ein bisschen technisch begabt sein möchte und ein bisschen basteln möchte. Also es ist jetzt kein reines 3D-Druck-Studium, sondern es ist sehr physiklastisch und man hat die Fachrichtung, quasi die Spezialisierung 3D-Druck mit drin. So verstehe ich das richtig. Genau, das ist ein Grundlagestudium der physikalischen Technik. Man hat am Ende auch einen Abschluss als physikalischer Techniker, ein Bachelor oder Master und dann spezialisiert im Bereich 3D-Druck zum Beispiel. Ja, perfekt. Vielen Dank für die Infos. Nächste Frage, welche Voraussetzungen muss ich mitbringen, wenn ich das bei euch studieren möchte? Genau, ich hatte es gerade schon angesprochen, dass man muss auf jeden Fall ein bisschen Begeisterung für die Thematik mitbringen. Also da, wie der Herr Pfeiffer gerade schon gesagt hat, eine Hochschule für angewandte Wissenschaften sind, muss man einfach auch davon ausgehen, dass das nicht wie an einer richtigen TU oder einer Universität ein theorielastiges Studium ist, sondern bei uns ist das Studium durchsetzt mit Praktika. Das heißt, ab dem dritten Semester werden die Studenten und Studierenden natürlich gebrudert und müssen selbstständige Arbeiten erledigen. Und dementsprechend ist das Studium sehr praxisbezogen. Und ja, prinzipiell von den Abschlüssen her, das hatte ich ja schon gesagt, es muss nicht das Abitur sein, es geht mit einem Fachobeschulabschluss, es geht mit einem Fachabitur, kann man genauso bei uns studieren. Sonst, es gibt kein NC, also insofern steht das jedem offen, sofern die anderen Voraussetzungen erfüllt sind. Und es gibt hier bei uns auch kein Bewerbungsverfahren. Also wer die Voraussetzungen erfüllt, kann mit dem Studium starten. Wie viele Leute sind bei euch jetzt sozusagen im letzten Jahr, sagen wir mal, da gewesen? Also wir haben aktuell eine sehr kleine Gruppe. Wir sind bei unter zehn Studierenden, was natürlich aber auch ein sehr gutes Betreuungsverhältnis bietet. Das heißt, die Dozenten, die kennen die Studierenden sehr genau, können individuell auf sie eingehen, was natürlich auch für einen großen Vorteil ist. Das ist natürlich wirklich jetzt ein Vorteil, wo das, jetzt ist das Ganze erst im Kommen, jetzt entsteht das Ganze erst und die, wo das jetzt studieren, die haben natürlich eine andere Tiefe dann. Cool. Spannend. Was habe ich für Kosten, wenn ich das jetzt bei euch studieren möchte? Was kommt da so auf einen zu? Also wir haben prinzipiell keine Studiengebühren. Das Einzige, was anfällt, ist der sogenannte Semesterbeitrag. Der liegt im Moment bei 97 Euro pro Semester. Und dafür habe ich dann mein subventioniertes Essen in der Mensa und Unterstützung bei den Wohnheimplätzen. Genau, weil man da auch ein bisschen hinausgucken will. Wenn man sich jetzt die Wohnsituation zum Beispiel bei uns mit weiter anschaut, also dann kriegt man, ich sage mal, ein WG-Zimmer oder eine Wohnung ab 300 Euro. Im Gegensatz zu Großstädten wie zum Beispiel München ist das auf jeden Fall ein guter Anreiz. Also gerade auch die Lebenserhaltungskosten sind natürlich bei uns, ich sage mal, wesentlich entspannter als in den Großstädten. Welche 3D-Druck-Verfahren werden denn geschult? Prinzipiell alles, was momentan am Markt ist. Also das Studium geht am Anfang des vierten Semesters wirklich mit den Grundlagen der generativen Verfahren los, wo man zunächst erstmal schaut, wie denn eigentlich die einzelnen Verfahren funktionieren, welche Technologie dahinter steht, wie denn auch technologisch das Ganze abläuft. Und die Kernsachen sind natürlich das FDM, SLA, SLS und SLM-Verfahren. Aber ringsherum natürlich alles, was Binary Chatting ist. Chemical Vapor Deposition, Physical Vapor Deposition, also aus dem gasfilmigen Aggregatszustand, aus dem flüssigen Aggregatszustand und aus dem festen Aggregatszustand werden so ziemlich alle Verfahren zunächst erstmal besprochen. Und im Komplexpraktikum ist es dann so, dass alle gerade genannten Verfahren, also das FDM, das SLA, das SLM und das SLS, in zwölf Wochen in einem Komplexpraktikum von den Studenten dann selbstständig auch durchgeführt wird. Also die Studenten bekommen dann eine Aufgabe über jeweils drei Wochen, die sie dann selbstständig bearbeiten müssen. Und am Ende müssen sie dann praktisch, ich sage mal, ein Abschlussprojekt beziehungsweise Protokolle zusätzlich noch abgeben, um das Ganze dann, ich sage mal, wirklich sehr vertieft zu schulen. Aber die Praxisnähe ist definitiv da, so wie ich das ausführe. Die Praxisnähe ist sehr gegeben, ja. Okay, welche Fächer hat man dann ganz konkret? Also im allgemeinen Studium ist das natürlich neben Mathe, Physik und Chemie auch Werkstättechnik, Kertigungstechnik, Elektrotechnik, Elektronik. Und dann im Spezielleren weiter auch technische Optik, technische Mechanik. Und dann geht es rein in die Vertiefungsrichtungen. Und wenn wir uns dann im 3D-Druck bewegen, da kommen die Grundlagen der generativen Verfahren hinzu. Also genau, dann der 3D-Druck kommt als Fach dazu, wo dann eben besprochen wird, welche Komponenten sind in so einem 3D-Drucker. Wie zum Beispiel funktioniert die Strahlführung des Laserstrahls in einer SLM-Anlage? Welche Komponenten sind enthalten? Also die Gerätetechnik spielt auf jeden Fall eine Rolle. Und dann natürlich die funktionsgerechte Konstruktion, sowie die Simulation und Modellierung. Also gerade das topologieoptimierte Simulieren ist dort wichtig, was natürlich für die additive Fertigung essentiell ist. Und dort bekommt man dann eigentlich in diesen Spezialisierungen ab dem 4. Semester einen sehr intensiven Fresh-Kurs nochmal, was denn für die additive Fertigung wichtig ist. Ja, soweit zumindest zum Bachelorstudium und dem Master geht es natürlich dann alles noch einen Schritt weiter. Das heißt, da gehen wir dann in die höhere Physik mit hinein. Dann kommt noch eine feste Physik mit dazu, eine physikalische Analytik. Dann nochmal in den einzelnen Bereichen spezielle Vertiefungsfächer, also aus dem 3D-Druck nochmal ganz spezielle Sachen hinzu. Und dann haben wir auch Forschungs- und Entwicklungsmodule, wo also gezielt im Forschungs- und Entwicklungsbereich ein Praktikum beziehungsweise eine Forschungsarbeit noch angefertigt wird, parallel laufend im Semester. Wie lange dauert das Studium? Ich glaube, das habt ihr vorhin schon mal schnell erwähnt. Aber wie lange dauert es konkret? Wie lange dauert es, bis ich Bachelor werde oder Master werde? Das Bachelorstudium geht über drei Jahre, also sechs Semester. Und der Master schließt dann nochmal vier Semester an, also zwei Jahre. Und dann habe ich meinen Abschluss, wenn ich das in der Zeit schaffe. Und dann kann ich, wenn ich weitermachen möchte, auch promovieren in dem Bereich. Also unsere Abschlüsse sind Bachelor of Science beziehungsweise Master of Science und damit direkt befähigend zur Promotion. Und das kann man zum Beispiel auch bei uns am Leser-Institut machen, die praktische Arbeit. Und das wird dann in Kooperation mit einer Universität, bekommt man dann seinen Titel, seinen Abschluss. Als was arbeite ich dann? Auf welche Stellen kann ich mich dann bewerben? Wie ist das konkret? Das kommt ein bisschen drauf an. Also mit dem Bachelorabschluss hat man natürlich die Möglichkeit, in jedem Bereich der Fertigung oder im Vertrieb zu arbeiten, um eben den Kunden dann über die additiven Verfahren Auskunft zu geben. Der Master, der dann noch drauf gesetzt werden kann, spezialisiert natürlich zum einen, gibt aber auch weitere Möglichkeiten. Also wenn man den Master dann gemacht hat, kann man durchaus in allen Bereichen der Technik arbeiten, im Management, im Projektmanagement, natürlich in der Forschung und Entwicklung. Man kann auch in außeruniversitären Forschungseinrichtungen arbeiten. Also dort sind dann eigentlich den technischen Berufen keine Grenzen gesetzt. Und wie man natürlich weiß, die additive Fertigung ist auch in der Industrie mittlerweile angekommen. Also es gibt da sehr viel Bedarf, was gerade solche Stellen angeht. Und ich glaube, man hat mit dem Bachelor- bzw. Masterabschluss ein sehr gutes Argument, um später mal eine Arbeitsstelle zu finden. Okay. Was verdiene ich dann? Wo ist die Range? Ist natürlich immer sehr individuell. Es ist sehr schwer zu sagen. Das Problem ist, dass das natürlich sowohl regional abhängig ist, also in welchem Bereich von Deutschland oder von Europa ich arbeiten möchte, als auch von welcher Industrie. Also die Automobilindustrie zahlt sicherlich mehr als zum Beispiel die Forschung und Entwicklung jetzt an den Universitäten beziehungsweise an den Landeseinrichtungen. Eine Range ist dort immer schwer zu geben. Das kommt auf das Verhandlungsgeschick an und wie gut der Arbeitgeber natürlich bereit sein, dann entgegenzukommen. Okay. Wenn ich jetzt google physikalische Technikstudium, Einstiegsgehalt, da kommt es natürlich immer darauf an, was macht man da, weil das so breit gefächert ist. Deswegen bin ich da auch ganz bei euch, wenn ihr sagt, ja, ist schwer zu sagen. Aber im Endeffekt ist es ein vollwertiges Bachelor- und Masterstudium. Das können wir mal so stehen lassen mit einer Positionierung beziehungsweise mit der Fachrichtung 3D-Druck. In diese Richtung kann man sich orientieren, wenn man nach Gehaltsvorstellungen schaut. So lassen wir es einfach mal stehen. Ja, okay. Wo kann ich mich bei euch bewerben? Also an alle Zuschauer, ich werde die E-Mail-Adresse von Herrn Pfeiffer unter dem Video in der Infobox verlinken. Und auch die Hochschule oder wo kann ich mich richtig bewerben? Genau. Bei uns an der Hochschulseite gibt es einen Punkt zur Bewerbung. Die ganze Bewerbung läuft rein online. Da kann ich mich durchklicken. Wichtig bei der ganzen Sache ist, dass wir immer zum 15. bis 7. den Bewerbungsschluss haben für das kommende Wintersemester. Das heißt, ich sollte das vorher abgeschlossen und abgesendet haben. Aber ich brauche keine Unterlagen mehr zu uns schicken. Es geht rein online. An sich besteht seit ungefähr 50 Jahren, was die Leserforschung hiermit weiter angeht. Was besonders ist, ist, dass wir seit 2016 ein eigenes Leserforschungszentrum haben. Was, ich weiß nicht, du kannst da wahrscheinlich mehr dazu sagen. Ja, das ist im Prinzip ein Forschungsbau, der über eine Grundländerforschungsinitiative gefördert wurde. Und wir sind die erste Fachhochschule in Deutschland, die so einen Bau überhaupt bekommen hat. Das im Prinzip auch unser Exzellenzfeld sehr auszeichnet. Und da sind wir natürlich lasertechnisch sehr, sehr gut aufgestellt und haben eine super Ausstattung, was dann auch den Studierenden zugutekommt. Und einer unserer großen Forschungsschwerpunkte ist auch die laserbasierte Additivbefertigung. Also hier im Bereich 3D-Druck von Metall und Keramik. Und da kommen natürlich die Studierenden auch in den Genuss, an den neuesten Forschungsanlagen bei uns ausgebildet zu werden und die auch zum Teil von uns selbst entwickelten Verfahren kennenzulernen. Direkt aus erster Hand. Also einfach sehr umfangreich aufgestellt. Ja, genau. Wobei der Schwerpunkt in den additiven Bereichen sowohl in der Fertigung von Bauteilen mit Mikropulver aus Metall ist und jetzt in Forschungsrichtungen, die andere Richtung auch zu sehr großen Bauteilen hinweg. Alles klar. Wir dann nochmal vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank für die offenen Worte. Und ja, ich hoffe auf ganz, ganz viele Anfragen für eure Räume. Und jetzt zu guter Letzt, um das Ganze nochmal schön abzurunden, sprechen wir mit René darüber, wie das Ganze in der Praxis aussieht. René ist Maschinenbauingenieur und arbeitet derzeit schon im Bereich der additiven Fertigung, hat aber auch noch Infos, welche Studienmöglichkeiten es noch so gibt. Daher jetzt das letzte Interview, welches das Ganze wirklich schön abrundet mit René. Ja, also nochmal, hallo René. Du hast jetzt mich auf LinkedIn auch nochmal kontaktiert, als du erfahren hast, dass ich auf der Suche nach Ausbildungsbüro von Studienmöglichkeiten im Bereich der Rätigung bin. Hast gesagt, du hast da ein paar Infos für mich. Und deswegen auch nochmal an dich vielen Dank, dass du dir hier die Zeit entnimmst, um da das Video nochmal zu ergänzen. Wir haben tatsächlich jetzt im Vorfeld gar nicht so viel gequatscht. Ich gehe da jetzt auch gar nicht mit so vielen Fragen ganz stumpf rein, so wie ich es jetzt bei den anderen Interviews quasi gemacht habe. Deswegen lass uns einfach mal so in den Dialog gehen. Erzähl doch einfach mal, was du gemacht hast, was du machst und welche Infos du für uns hast. Und dann schauen wir, was passiert. Okay, also ja, ich bin Tereni Kopatsch. Ich bin aktuell bei G-Editive in Lichtenfels tätig. Ich habe vorher meinen Bachelor und Master an der Hochschule Kobo gemacht und arbeite jetzt in der Prozess- und Applikationsentwicklung in Lichtenfels bei G-Editive. Genau, und zu deinem Video bin ich gekommen anhand LinkedIn, weil du ja ausschreiben oder du hast geschrieben, wer kennt sich da aus in dem Bereich oder wer weiß da, wer kann unterstützen. Ich habe da eine Umfrage gemacht. Ja, eine Umfrage vor auch. Genau, und da die Hochschule Kobo aktuell einen neuen Studiengang gegründet hat, den Masterstudiengang Additive Fertigung und Leichtbau, habe ich mir gedacht, ich schreibe dich einfach mal an und wir können mal kurz drüber quatschen. Der Studiengang läuft aktuell noch über die Hochschule Kobo. ist auch noch in Coburg an sich. Der Campus in Lichtenfels wird aktuell aufgebaut. Das heißt, irgendwann in den nächsten zwei, drei Jahren sollte das dann auch in Lichtenfels stattfinden. Ich hätte mal gesagt, du hast es mir vorhin schon mal ganz kurz gezeigt, im Endeffekt ist es ja so, dass du als Bachelor von einem technischen Studium dann einen Masterabschluss in der Additiven Fertigung machen kannst. So hast du es mir jetzt mal schnell erklärt. Das heißt, du selbst bist ja auch, hast Maschinenbau studiert, hast dann weitergemacht, bist jetzt auch in der Additiven Fertigung, nur ohne Additives Studium, sage ich jetzt mal. Das ist ja dann so als Maschinenbauingenieur reingerutscht. Halt doch mal deinen Bildschirm. Ich gebe dir mal hier kurz die Freigabe und dann kannst du noch mal den Bildschirm teilen und dann kannst du uns das einfach noch mal besser zeigen, welche Möglichkeiten man da als Bachelor hat, um einen Masterabschluss in der Additiven Fertigung zu bekommen. Das ist quasi die Übersicht worden. Das ist mal so die Übersicht, genau. Das Ganze besteht eben aus drei Semestern, ganz üblich für einen Masterstudiengang. Es ist ein Master of Engineering. Es heißt, es wird an einer Hochschule stattfinden. Es ist eher praxisorientiert. Es ist nicht an einer Universität. Das Ganze baut sich auf aus verschiedenen Modulen. Also einmal Leichtbau, Metall, Gestaltung, die additive Fertigung, Metall und dann das Gleiche im darauffolgenden Semester für Kunststoffe. Und am Ende im dritten Semester schreibt man seine Masterarbeit. Hier muss man sagen, haben wir in Coburg oder allgemein Umgebung um Coburg rum sehr gute Firmen, die die Masterarbeit unterstützen hier im Bereich der additiven Fertigung. Das wären beispielsweise einmal wir bei G-Additive. Das wären Rösler, die sich vor allem um die Oberflächentechnik, also das heißt nach den Gedruckten, kümmern. Im Post-Processing eben. Das wäre Weber Maschinenfabrik, die im Bereich Kunststoff-3D-Druck tätig sind. Die bauen vor allem Großraumdrucker. Ja, es ist eher so ein Roboterarm mit einem Extruder dran, der dann eben Kunststoff aufbaut. Also quasi ist dieses Studium um das Thema Leichtbau rumgebaut, kann man so sagen. Auch. Also das richtige Konstruieren im additiven Bereich. Hier sieht man es mal auch hier, Turbologieoptimierung, Bauteildesign, Simulation, Strukturleichtbau. Es ist viel im Bereich der Konstruktion mit drin, was heutzutage ja auch fehlt. Ja, das richtige Konstruieren im additiven Maschinenbau. Ja, stimmt. Da fehlen ja auch teilweise noch die Normen überhaupt. Wie macht man das? Technischen Zeichnungen fix, welches Info oder wie auch immer. Ja, stimmt. Das ist jetzt auch noch in der Entstehung. Aber schön, dass es da auch natürlich mit drin ist, beziehungsweise gehört es halt einfach auch dazu immer. Das ist ja so. Aber das ist schon ein öffentlich zugängiges Dokument. Das heißt, ich kann unter dem Video diese Seite da verlinken, dass die Leute sich das auch mal genauer anschauen können. Genau, das ist alles zugänglich. Spannend für uns ist jetzt noch, da du ja selbst jetzt auch schon in der additiven Fertigung arbeitest, was treibst du da so den ganzen Tag? Was jetzt in der additiven Fertigung als Maschinenbauingenieur? Ich bin ja in die Sparte Material and Process Team. Also das heißt, ich entwickle im 3D-Metalldruck für die Laseranlagen neue Parameter. Betreue Kunden, validiere neue Komponenten. Du hast deinen SLM-Drucker da und es werden neue Materialien vielleicht auf den Markt gebracht, beziehungsweise an neuen Materialien geforst, in welcher Art und Weise auch immer. Und du bist dafür zuständig, um die richtigen Parameter zu finden, dass diese Materialien auch gedruckt werden. Genau, so kann man es kurz gesagt ausdrücken. Ja, mega gut. Du bist dafür zuständig, dass wenn ich auf Start drücke, am Ende des Tages dann auch das 3D-Modell schön in dem Metallblock ausgegraben werden kann. Genau. Okay, cool. Ja, mega gut. Vielleicht noch ein bisschen konkreter. Also wie kommt mir dann so dein Alltag da vorstellen? Vielseitig. Es kommt immer darauf an, was man gerade zu tun hat. Also aktuell bin ich eher in der Richtung Validierung oder Testen neuer Komponenten auf die Prozessfähigkeit eben. Wenn man Parameter entwickelt, sieht es meistens so aus. Man überlegt sich eine DOE, ein Prozessfenster, in dem man ungefähr vermutet, dass man einen stabilen Prozess hat. baut das Ganze auf. Mit Halbbereich ist das Ganze dann so, dass man die fertigen Teile nimmt, sie schneidet und poliert und dann unter dem Mikroskop aufnimmt, damit man einfach sehen kann, welche Porositäten sehen wir. Das ist meistens so die erste Entwicklung, dass der Balk steht, die innere, die Porosität, dass die dann in Ordnung ist. Danach kommt meistens Kontur. Das heißt halt, dass man eine gute Oberfläche hinbekommt. Und im Anschluss kommt meistens dann noch Segmentierungen. Das heißt Downside, Upside, was man eben gerade haben will. Je nachdem, wie groß das Budget für dieses Material ist zum Entwickeln, kommen da dann viele Segmentierungen bei rum. Welche Materialien druckst du da? Aluminium, Titan, Nickelbasislegierungen, Kobaltchromlegierungen, Kupfer, genau, Stähle, Edelstähle, Werkzeugstähle. Genau, so grober Überblick. Es gibt aber dann auch noch so kundenspezifische Anfragen, viele Medizinbereiche, spezielle Materialien. Spannend, spannend, sehr, sehr, sehr cool. Ja, mega spannend. Also Metall-3D-Druck ist ja dann auch nochmal so eine ganz eigene Welt. Auch der Metall-3D-Druck wächst ja enorm. Ich sehe es im Kunststoff-3D-Druck ja täglich, wie exponentiell auch der Markt wächst im gewerblichen Bereich. Wir betreuen ja auch unsere Kunden ganz nah. Deswegen weiß ich auch, wie wichtig es ist, da auch Prozessoptimierung durchzuführen. Und sicher ist auch der Metall-3D-Druck da. Ja, es ist ein Markt, der in den nächsten Jahren so enorm wächst, wo es sich sicher lohnt, da seine Maschinenbaustudien oder auch eben diesen Masterstudium oder was auch immer für Weiterbildungen oder Studiengänge mal machen kann. Es lohnt sich, in diese Richtung zu gehen. Da bin ich ganz, ganz sicher. Gerade Medizintechnik, gerade die ganzen neuen Triebwerke, die jetzt auf den Markt kommen, gerade GE ist ja großer Triebwerkshersteller, setzen vollkommen auf den 3D-Metalldruck. Also es werden immer mehr Komponenten Einzug finden in den neuen Triebwerken. Deshalb Potenzial für die Zukunft ist auf jeden Fall da. Ja, ich hätte auch einige Teile hier liegen. Also ich kann ja mal kurz was holen. Das ist ein wirkliches Bauteil im Airbus-Stützstruktur, auch aus Titan im Leichtbau. Hier sieht man auch diese Struktur. Im SLS-Druck buddelst du das Zeug einfach aus und dann kommt es vielleicht noch in eine Strahlanlage rein und dann ist es fertig. Beim SLM-Druck ist es ja auch nicht ganz so einfach. Da hast du ja dann quasi die Stützstrukturen, die wirklich auch aufwendiger weggemacht werden müssen. Wie machst du die Stützen dann da weg? Es kommt darauf an, wie hart die Stützen dran sind oder was für einen Support man verwendet. In dem Fall ist es eine ganz leichte Stützstruktur. Die kann man verbrechen. Ah ja, okay. Aber je nachdem. Es gibt auch festen Support, der muss dann einfach abgefräst werden, abgedrahtet teilweise. Aber dafür hast du dann ein Leichtbauteil aus Metall, ne? Ja. Das ist halt der große Vorteil dann. Ja, René, mega, mega spannend. Vielen Dank, dass du uns da quasi auch nochmal deine Infos weitergegeben hast. Du sagst auch, es lohnt sich hundertprozentig, wenn man technikaffin ist und wenn man da irgendwie Bock auf 3D-Druck hat oder einfach innovative Technologien um sich herum haben möchte, dass man im Bereich 3D-Druck sich weiterbildet oder da studiert. Ja. Das war ja jetzt auch deine Message. Vielen Dank. Eine Frage noch an dich. Wenn jetzt irgendwelche Leute konkrete Fragen haben, darf ich deinen LinkedIn-Account auch unter dem Video in der Infobox verlinken? Ja, ganz gerne machen. Also ich stehe für alle Fragen offen. Super. Vielen Dank, Sally, von dir. Ja, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend und vielen Dank für deine Zeit, für die Infos. Danke. Auch vielen Dank dafür, dass du Fragen beantwortest. Also Fazit. Was man so zwischen den Zeilen von all den Interviews jetzt ein bisschen raushören kann, ist, dass gerade sehr, sehr viel am Entstehen ist. An verschiedensten Stellen werden gerade überall irgendwelche Bildungswege kreiert oder sind schon da, nur hat es sozusagen der Volksmund noch nicht so richtig mitbekommen. Das heißt, wenn du dich im Bereich 3D-Druck, im Bereich der additiven Fertigung weiterbilden möchtest und da beruflich Fuß fassen willst, dann kann es sich für dich jetzt schon lohnen, wenn du da einfach mal tiefer schaust, was in deiner Region angeboten wird. Ob es jetzt Hochschulen sind, IHK oder irgendwelche anderen Institutionen, es lohnt sich jetzt immer mehr, da einfach mal die Augen offen zu halten. Und wenn wir schon beim Thema Bildung bzw. Karriere sind, wenn du Lust hast, im Bereich 3D-Druck zu arbeiten, als 3D-Druck-Techniker oder Projektleiter, wenn du dir vorstellen kannst, in einem dynamischen Team Kunden im Bereich 3D-Druck zu betreuen und bereit bist, bei uns in neuen Markt bei Bayreuth zu arbeiten, weil wir ziehen jetzt nämlich nochmal in eine neue und noch größere Location um, dann kannst du dich auch gerne bei uns bewerben. Du findest unter dem Video einen Link, wo du dich bei uns bewerben kannst oder du schreibst einfach eine Mini-Bewerbung an einer unserer E-Mails, die verlinken wir auch. Einfach eine Mini-Bewerbung, wo du dich kurz vorstellst mit einem Mini-Lebenslauf, damit wir dich mal grundlegend auf dem Schirm haben, um dann zu schauen, ob es mit uns passt. Voraussetzung, du musst natürlich Lust auf 3D-Druck haben, du musst natürlich technisch affin sein, du musst bereit sein, Kunden zu betreuen, auch Support-Fälle abzuarbeiten und ja, einfach auch Lust auf ein dynamisches Team haben, welches gerade gut am Wachsen ist. Wenn das und noch ein paar weitere Punkte, die eh auch in der Infobox, in der Stellenausschreibung stehen, wenn das alles erfüllt ist oder zumindest das meiste, dann melde dich doch einfach mal bei uns. Ich freue mich, dich persönlich kennenzulernen. Also Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Teilt dieses Video nicht nur, um unseren Kanal zu unterstützen. Ja, das macht ihr dann auch und dafür bin ich euch sehr dankbar, aber vor allem, weil ihr dann einfach indirekte Bildungsarbeit leistet. Und da würde ich mich natürlich enorm darüber freuen, dass wir zusammen als Community die Infos aus dem Video in die Welt raustragen. Also Freunde, die nächsten Videos sind schon in Bearbeitung. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao! Gebt dem Video. Gebt dem Video. Wie geht es euch denn ein? Wie geht es euch?